Ich dachte, es wäre ein Hund. War mir nur Gras. Was? Danke. Wofür? Wenn du mir wieder die Tür vor der Nase zuschlägst. Tja. Mach mal Varro. Äh, nein. Ich habe es dir doch gerade erzählt, warum ich kein Varro machen kann. Aber du bist doch cool. Ja, aber ich kann die Klimaanlage nicht tragen. Aber du bist doch cool. Ja, aber ich bin zu alt für diesen Scheiß. Aber du bist doch cool. Bro. Bro. Bro, du bist doch cool. Varro, Bro. Ähm. Mess. Oh, nee, das geht da natürlich nicht. Das ist doch blöd mit dem Wasser. Ganz ehrlich. Wer hat denn das schon gesetzt? Wer ist denn so blöd? Ja. Ich frage mich überhaupt, wer diese komische Idee hier hatte. Das ist ja unfassbar. Keine Ahnung. Das muss ja ein Vollhonk gewesen sein. Dann noch einen tiefer. Der weg. Ich glaube, der Vogel heißt MS. MS 74. Dich kennst du den? Ach, das ist ein Horst. Das ist ein Freak. Alter, Alter. Das ist so ein richtiger Freak. Vor dem Herrn. Bro. Bro. Mach doch nochmal bitte den Kies weg, den ich da hingesetzt habe. Ich muss erstmal hier wieder rauf. Was passiert eigentlich, wenn ich als Minecraft-Männchen in den Trichter falle? Falle ich dann in die Kiste? Nein. Verdammt. Sehe bestimmt lustig aus. So, jetzt komme ich erstmal zu dir. Wo bist du denn? Da. Was für einen Kies soll ich denn wegnehmen? Der Kies, der hier oben steht. Der muss weg. Der muss leider weichen. Weicher Kies? Hast du einen Magnetmodus an? Ja. Okay, das erklärt's, warum du einsam bist. Der darf nicht weg. Der muss weg. Der muss weg. Soll ich den komplett wegnehmen? Nee. Doch, doch. Ich muss hier erstmal ein Loch graben. Achso. Grab mal ein Loch. Hast du ein Loch gegraben? Noch nicht ganz. Aber warum nicht? Wasser im Bruch, Wasser im Bruch, Wasser. Schrecklich, kein Wasser. Emmels. Ja, bitte. Du hattest einen Wasser-Einbruch. Dä, dä, dä. Wo ist denn hier das Wasser? Ich seh's nicht. Oh ja, Wasser. Da ungefähr. Ei, 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 ei. Prüß. Das Inventar ist relativ frei. Drei Feuersteine, das heißt, wir haben Kies versaut. Macht nix, hat noch mehr dabei. Ähm. Pass doch mal den Gang weiter so. Was? Den Gang? Was für ein Gang? Den Gang, den ich hier so gemacht hab. Wie weit? Bis zum Ende. Wo ist das Ende? Guck nach. Guck doch selber. Du bist uncool. Hab ich doch gesagt. Das war doch die ganze Zeit mein Reden. Warum glaubst du mir nicht? Keine Ahnung. Manchmal möchte ich jetzt nicht glauben, was ein Bro uncool sein soll. Bro. Wieso hat denn hier, wieso hat hier, äh, was geknallt? Ist hier ein Creeper irgendwie exploded? Hm. Okay, dann war's wieder ein seltsamer Sound. Du hast den Knall nicht wahrgenommen. Nein. Gut, dann war's bei mir. Alles klar. Dü, dü, dü. Ja, Bro. Bei mir klingelt ein Telefon. Was? Das hier muss auch weg. Das muss so aussehen wie hier. Was? Ja? Wasser! Marsch! Alter, wer hat denn hier unten Fusch betrieben? Wo denn? Wer war denn das? Das muss eine miese Sau gewesen sein. Das ist ja nicht mehr normal. Bro? Bro? Was ist hier oben weg? Das ist auch weg, Bro. Hast du's? Hast du's eilig? Ja. Achso, das erklärt natürlich deine Hetzerei. Ja, toll. Ja, mal den Fusch hier beseitigen. Ja, das ist ein bisschen grün. Muss ich echt mal sagen. Das Wassersystem? Ja. Hup, hup, hup. Ames? Ja, bitte? Ich hab deinen Fusch beseitigt. Danke. Ist das nicht geil? Hast du gut gemacht. Ich bin ein Fusch beseitiger. So, wie schaut's denn aus? So schaut's aus. Gut schaut's aus. Gut, und hier dahinter muss doch dann Wasser gesetzt werden, ne? Das heißt also, hier muss ich doch eigentlich wieder einen hinsetzen. Ja, aber, Bro, ich muss doch noch irgendwie Kabel und sowas verlegen. Ja. Und, was hast du denn jetzt schon wieder? Quark nicht, du wirst kein Frosch. Egal, was du machst. Da oben muss ich jetzt wieder ein Ding hinsetzen. Hast du den eingesammelt? Ja. Okay. Warte. Ich muss erstmal hier wieder raus. Wo ist er denn? Da. Nein! Bro! Bro? Hilf mir! Pflanzt doch mal da unten so ein Ding hin. Danke. Ich hol mal Schnürchen. Ach, du brauchst ja noch Strippen. Hahaha. Die legen wir dann unterhalb, nehm ich an, ne? An die Wand. Also ans, 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 ans Erdreich. Ja, mal gucken. Wir hatten doch hier einfach mal so ein Pelnüppelding stehen, was wir nicht gebraucht haben. Ding. Da ist er ja. Ein Pelnüppelding. Pelnüppel. Ähm. Mess. Genau. Sieben. Hey, wo sind sie hin? Pilze. Redstone Energieleitung. Hier hab ich noch einen Kolben. Gib mir doch mal bitte. Ein paar Stränge. Was sind für Stränge? Ich hab doch keine. Die waren hier drin. Gib sie mir. Ich hab keine. Feuerstein. Und den Feuerstein können wir eigentlich danach später alles raussortieren. Die waren da drin. Da war nix. Meine Schnüren. Na, guck halt hin. Da war nix. Hab ich dir doch gesagt. Du bist ein böses Viereck. Das stimmt. Ganz, ganz, ganz böses Viereck. Also meine Idee dazu. Deswegen hab ich mir jetzt auch mal ein paar mitgenommen. Mhm. Die Kabel? Du brauchst ja nur ein Redstone-Signal. Die Kabel hier unten hinzupacken. Ups. Warte, ich liefere das Redstone-Signal. Und die Zuleitung. Nur um mal zu gucken, ob es auch funktioniert. Hopp. Hopp. Ja, genau. Es müsste genau passen. Ja. Jawoll. Super. Geil, oder? Ja, Mann. Du hast alles verlegt. Super, super. Ich bin stolz auf dich. Jetzt darfst du natürlich wieder Erde dran pappen. Das Problem, das, was ich da sehe, ist hier. Was denn? Ach nee, hier ist... Okay, das geht. Es gibt kein Problem. Siehst du ein Problem? Ich sehe kein Problem. Und jetzt soll ich hier Erde dran pappen? Ja. Hier kommt natürlich auch wieder Erde drauf. Und, äh... Es soll sich keiner wundern, die Leitung wird bis nach vorne verlegt. Also das ist jetzt nur provisorisch. Okay. Das Redstone-Signal von hier hinten kommt. Und wenn du möchtest, kannst du da unten auch ein paar Fackeln anbringen. Ja, aber ich sehe jetzt gerade selber nichts mehr hier. Ja. Weil ich dich zubaue. Klingt logisch, wa? Naja, 90 Keys mit dem Kommen nicht weit. Hast du noch Keys? Äh... 17. Das wird reichen. Meinst du? Ja, das reicht. So, jetzt habe ich dich natürlich hier ganz zugebaut. Das ist nicht schlimm. Oh. Ich komme auf anderer Stelle wieder raus. Das ist interessant jetzt hier hinten. Das ist interessant jetzt hier hinten. Das ist ja unfassbar. Was denn? Was machst du denn hier? Du erschreckst mich. Mhm. Warum? Warum tust du das? Warum nicht? Ist auch wieder ein Abonnent. Ist auch wieder ein Abonnent. Abonnent. Oder so was? Falls mal irgendwas sein sollte. Wir es bei Erweitern wollen. Oder... Ich glaube nicht. Ach, ich mache einfach ein. Ich habe dich hier hinten jetzt erstmal ordentlich zugebaut. Du wirst gleich feststellen, dass du das Kabel eigentlich nicht mehr wirklich verfolgen kannst. Das Kabel da. Ich habe es zugebaut. Wie, du hast es zugebaut? Ich habe es zugebaut. Wie, du hast es zugebaut? Zugebaut. Oh, was ist es zugebaut? Bock drauf. Aber was ist mit Licht, Bro? Was finde ich? Licht, was wir hier brauchen, Bro. Oh, was ist es zugebaut? Ach, das Licht, Bro. Ich töte. Sollen wir da Licht reinmachen? Ich hätte gerne da so einen Wartungsgang. Dass, wenn wir es mal erweitern wollen oder sowas, dass wir da zumindest mal langlaufen können und so. Hast du prinzipiell nicht unrechtig. Wie hoch soll er werden? Zwei Blöcke? Drei Blöcke? Zwei reichen doch. So wie er jetzt ist. Und dann hier einfach Fackel. Achtung, nicht erschrecken. Hoch! Hoch! So. Gute 20 Minuten haben wir noch. Ähm. Warte mal. Oh. Hier sind wir auf Level 64. Alter, hier hat ja noch einer gefuscht. Was ist denn hier los? Wir müssen gehen. Ich komme total verfuscht vor. Wie, du kommst dir verfuscht vor? Wer hat gefuscht? Warum macht die das? Ich suche. Wow. Warte mal, jetzt bin ich hier. Ich habe zwei Blöcke noch. Eins, zwei. Zwei. So, einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 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 Das passt doch. Mist. Liegt meistens auf einem Haufen und riecht sehr streng. Hm. Also vom Prinzip her ist das eine gute Idee. Und dann gehen wir hier. Hallo. Skeletor. Oh, 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 oh. Da ist es denn da. Da ist es denn da. So, warte mal. Wenn hier oben Wasser fließt. Hier oben kommt ja Wasser drauf. Oh ja, Wasser. Dann müssen wir hier dicht machen. So. Genau. Hier ist der Abgang in den Gang. Was tut es? Ein Wart, also einen Gang bauen, damit wir das Kabel verlegen können. Ah. Okay. Muss ja kein großer Gang sein. Das reicht ja zwei Block. Okay. Mm-hmm. Mhm. Vielen Dank.